Peru News heute alles, was sie über Peru wissen müssen. Jordi Reiner verschoss einen Elfmeter und Torpedo Moskau fällt in die zweite russische Liga. Torpedo Moskau mit Jordi Reiner verlor in der zweiten russischen Liga mit 2 zu 3 gegen Leningradets. Der Peruaner Jordi Reiner hatte nicht den erwarteten Tag, nachdem er an diesem Sonntag einen Elfmeter verschossen hatte und sein Team, Torpedo Moskau, in der siebten Runde der zweiten russischen Liga zu einer harten Heimniederlage, 2 zu 3, gegen Leningradets verurteilte. Mit diesem Ergebnis bleiben in Kaiko und Komit 17 Einheiten auf dem neunten Platz der Gesamtwertung, sieben weniger als der aktuelle Spitzenreiter Dynamo. Das Spiel hatte für die Heimmannschaft recht positiv begonnen, da sie dank des von Ilya Stefanov sich aus zwölf Schritten erzielten Tores bereits nach 15 Minuten auf der Anzeigetafel in Führung lag. Der Gast reagierte jedoch noch vor der Halbzeitpause und in der 26. und 38. Minute sorgten Kirill Kulesnichenko und Nikita Rotsmanov für die Wende. In der zweiten Halbzeit war das Spiel nicht nur in Bezug auf den Ballbesitz, sondern auch in Bezug auf gefährliche Situationen bei jedem der Tore recht ausgeglichen, doch in der 63. Minute fand Torpedo Moskau seinen lang erwarteten Ausgleich, als ein weiterer Juan Stefanov sich auftauchte alles wie zu Beginn des Spiels zu platzieren. Jakov Lev, ein Spieler von Leningradets, war ebenfalls auf der Anzeigetafel zu sehen, als er in der 70. Minute den dritten Treffer seiner Mannschaft erzielte, der die Einheimischen überraschte. Tatsächlich ermöglichte ihnen der gewonnene Vorsprung eine gewisse Kontrolle über das Spiel, aber Torpedo ging mit der Verpflichtung voran, an diesem Tag, an dem sie zu Hause spielten, mit einem besseren Ergebnis abzureisen. In der 91. Minute hätte die Geschichte für sie günstiger ausfallen können, aber der Elfmeter, den sie zu ihren Gunsten hatten, wurde von Jordi Reiner verschossen und trotz des starken Schusses erregt Torhüter Karabaschev den Ort des Schusses und rettete, was das Endspiel hätte bedeuten können. So blieb Torpedo Moskau nichts anderes übrig, als mit leeren Händen abzureisen und mit der Sorge, dass es in der Tabelle nach oben klettern muss, um um den Aufstieg zu kämpfen. Peru News Today Folgen Sie uns auf Facebook und Instagram und Instagram